Musik Ja, ja, das ist deswegen auch ein bisschen sauber, bis jetzt stabil ist. In Deutschland, in Europa, passen wir schon ein bisschen mehr. Willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot.eu. Heute sind wir auf einer speziellen Messe in Berlin auf der Intergeo. Und das ist die Inter-Arial-Solution. In diesem Rahmen war ich sehr überrascht, bekannte Gesichter hier zu sehen. Und neben mir steht Herr Seibel. Und Herr Seibel ist Geschäftsführer des Unternehmens. Und erzählen Sie ein bisschen mal über die Geschichte, wie es entstanden ist und welche Passion dahinter steht. Genau, also Quantum Systems, die Idee ist entstanden, naja, im Prinzip daraus, dass Quattrocopter keine Flugzeit haben, die für professionelle Anwendungen zufriedenstellend ist. Und wenn man auf Fixed Wing, also Flächenfluggeräte, zurückgreift, dann sind die in der Handhabung einfach sehr, sehr kompliziert. Man muss die irgendwie von Hand werfen oder starten. Die Modellflieger kennen das. Das funktioniert nicht immer. Und wenn man nicht aus dem Metier ist, dann geht das noch viel häufiger schief. Man hat auch in den professionellen Anwendungen nicht immer ein schönes Modellfluggelände. Also war die Idee, wie kann ich senkrecht starten mit effizientem Vorwärtsflug zu kombinieren. Und auch so ein bisschen meine beiden Hobbys, das Segelfliegen und das berufliche, was ich mal gemacht habe, Hubschrauber bei der Bundeswehr, das zu kombinieren in ein Flugsystem. Und so entstanden dann die Fluggeräte von Quantum Systems. Und die Affinität zum Modellflug? Die war schon ganz früh da. Leider haben das meine Eltern gar nicht so arg unterstützt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Aber dafür habe ich es umso hartnäckiger durchgezogen. Also ich kannte den kompletten Multiplex, aber auch Graupner-Katalog natürlich von vorne bis hinten auswendig. Jede Bestellnummer. Ich wusste, was jeder Flieger kostet und habe mir die auch jedes Wochenende durchgerechnet. Konnte mir das leider nie leisten. Irgendwann war es dann soweit. Ich hatte 700 D-Mark zusammen und habe eine 3010 gekauft. Immer noch guter Sender. Und so war die Begeisterung fürs Modellfliegen eigentlich immer da. Diese VTOLs haben ja die Eigenschaft. Wir sehen ja im Hintergrund noch eine größere Maschine von Ihnen. Die hat ja eine höhere Flächenbelastung als jetzt hier. Was ist denn der Vorteil dann? Hohe Flächenbelastung ist für uns kein Problem, weil der Langsamflug immer durch die vier Motoren oder drei Motoren unterstützt wird. Also ist es sehr, sehr stabil, auch bei langsamen Fluggeschwindigkeiten. Hat aber den Vorteil, dass der Flieger sehr, sehr ruhig in der Luft liegt. Also er fliegt, wie man immer wieder sagt, auf Schienen. Das tut er wirklich, weil die Flächenbelastung für einen Segler dieser Größe mit dreieinhalb Meter Spannweite, 15 Kilo, ist schon ordentlich. Aber ist handelbar, weil da eben auch ein sehr, sehr intelligenter Autopilot hinten dran steckt. Aber jetzt stellt man sich die Frage zur Anwendung. Was kann man jetzt damit machen? Genau, also die Preisrange von diesen Geräten ist natürlich außerhalb von dem, was wir jetzt im Modellflugbereich gewohnt sind. Auch wenn man auf den ersten Blick erstmal denken würde, ist ja nur ein Modellflugzeug. Da steckt eben ganz viel Know-how und Details im Autopiloten, in der Flugsteuerung, in der Programmierung. Das ist notwendig, um dann eben Anwendungen wie im Bereich 3D-Rekonstruktion, da geht es um Überwachung von Großbaustellen, von Minen, Tagebauanlagen in der Landwirtschaft, Düngestrategien zu optimieren, Bewässerungen anzupassen. Das sind so die Einsatzzwecke aktuell und die Reise geht hin in Richtung Hochspannungstrassen, Öl- und Gaspipelines, aber auch Cargo. Vielleicht nicht Cargo, so wie man das von Amazon hört, so irgendwie der Quattrocopter kommt und schickt was, aber so High Value, also Güter, die einen hohen Wert haben, von A nach B zu transportieren. Ob das Blutkonserven sind, Medikamente, so Geschichten. Also da sind wir uns sehr, sehr sicher, dass die Reise hingeht. Im Cargo-Bereich, das ist ja auch die Hafenüberwachung und so weiter, was da auch mit zusammenhängt. Und Security. Security ist natürlich auch ein Riesenthemenfeld, da haben wir gar nicht angesprochen jetzt. Wie ist denn das jetzt passiert, dass ihr zum Multiplexi gekommen seid, also so ein High-End-Hersteller? Ja, das war so, dass ich hatte schon immer die Vorstellung in den letzten Jahren, man müsste auch mal was im Bereich der Drohnen tun. Ich habe auch immer gedacht, die Quattrocopter, das kann nicht die Lösung sein. Es muss eine Möglichkeit geben, auch im Bereich der Flächenanwendung. Und dann haben wir uns vor zwei Jahren auf der Airtek-Messe, einer professionellen Luftfahrtschau kennengelernt und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. In der Entwicklungszeit von eineinhalb Jahren wurde gemeinsam dieses Projekt auf die Beine gestellt. Das ist schon beachtlich, oder? Ja, das war insofern auch beachtlich. Herr Seibel hatte natürlich unwahrscheinlich hohe Wünsche und Anforderungen und sein Team an uns, an das Produkt. Aber er war sich sicher mit Multiplex als der führende Hersteller im Bereich der Leichtsaumtechnologie, den richtigen Partner gewählt zu haben. Und wir, unserer Seite, mein Team, um Herrn Nakir und Herrn Scholz, die haben das Maximale aus der Leichtsaumtechnik herausgeholt. Und heute steht das Produkt hier, auf das wir gemeinsam, wirklich gemeinsam, sehr, sehr stolz sind. Und wir sind gespannt auf den neuen Weg. Für Multiplex beginnt ein Teil einer neuen Ära. Und wir blicken wirklich toll oder zuversichtlich in die Zukunft. Auf der anderen Seite bleibt der Modellsportmarkt. Und im Modellsportmarkt wird Multiplex weiterhin tolle neue Produkte vorstellen, die in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren am Markt erscheinen werden. Wenn man sich die Details jetzt hier anschaut, die sind ja auch für Multiplex teilweise auch wieder so das Zeichen, dass hier hohe Qualität umgesetzt worden ist, was konstruktiv ist, was auch reusable ist. Dürfen wir uns das gleich mal ein bisschen näher betrachten? Klar, also das macht dann vielleicht auch der Herr Nakir. Wir hatten da auch ein bisschen andere, man muss ganz klar sagen, ein anderes Budget. Multiplex ist da natürlich auch kundengetrieben. So ein Modellflugzeug darf nur eine gewisse Summe kosten. Alles muss immer billiger sein. Der Konkurrenzdruck aus Osten steigt. Das war hier eben nicht gegeben. Und deswegen hatten wir da ziemlich viele Freiheiten, um auch mal das technisch Machbare wirklich auszureizen, was denn überhaupt geht. Ich würde vorschlagen, Lukas, du... Ja, aber die Konkurrenzprodukte gibt es ja eigentlich gar nicht für Multiplex, weil letztendlich Multiplex etwas macht mit Schaumtechnologie, was mit den Anschlüssen, mit allem drum und dran, was wir gleich sehen können, auch bei uns im Modellflug da ist und was wir als Modellflieger unheimlich genießen. Denn die sind sehr robust, ein tolles Schaum und die Passgenauigkeit ist fantastisch. Und das sehen wir hier auch. Und dann gehen wir jetzt gleich zu Lukas immer. Lieber Lukas, jetzt erzähl mal, war das stressig, das alles durchzuziehen? Hallo Stefan, hallo zusammen. Die Antwort kann ich dir ganz einfach sagen, es war schon sehr anstrengend, hat aber auch unheimlich Spaß gemacht, mit Quantum Systems zusammenzuarbeiten die letzten bald zwei Jahre. Und es ist was ganz Tolles dabei rausgekommen, wo wir dann wirklich auch sehr stolz drauf sind. Lieben Dank erstmal an die Herren. Herr Wörner, Dankeschön. Herr Seibel, danke auch. Und jetzt gehen wir zu Lukas immer. Und Lukas zeigt uns jetzt die Details. Nun erkläre ich ein paar Details zur Trinity. Grundsätzlich handelt es sich um eine VTOL-Drohne. VTOL heißt Vertical Takeoff and Landing. Das heißt, ich kann senkrecht starten und senkrecht wieder landen. Und bin so unabhängig von meinem ganzen Gelände, in dem ich das Flugzeug einsetzen möchte. Wie starte ich senkrecht mit einem Flugzeug? Das geht so. Ich habe hier drei Elektromotoren. Die vorderen sind an Gondeln dran, der hintere genauso. Und ich kann die dann nach oben tilten. Hier sind Klapppropeller. Die werden dann ausgefahren und das Flugzeug startet in einem senkrechten Flug nach oben. Geht über in einen waagrechten Flug. Das Ganze nennt man Transition. Die vorderen Propeller werden dann abgeschaltet und klappen an. Wir haben hier Klapppropeller, wie man das auch aus dem Modellsport kennt. Oder aus FES im manntragenden Bereich. Und der hintere Propeller ist der Motor oder der Antrieb, der das Flugzeug dann nach vorne bringt. Und das ist sehr effizient, viel effizienter als bei anderen Systemen. Und auch der wesentliche Vorteil der Trinity gegenüber anderen Systemen, dass ich einen einzigen Motor habe und eine Drohne dann mit einer Reichweite von 60 Kilometern fliegen lassen kann. Mit einem einzigen Elektromotor. Wir haben hier drei Servomotoren eingebaut. Die Gondeln werden über komplett innenliegende Anlenkungen getiltet. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Wir haben Turbospinner angebaut. Und das Thema innenliegende Anlenkungen, das zieht sich bei der Trinity durch wie ein roter Faden. Wir haben keine außenliegenden Teile. Es ist alles komplett innenliegend und alles versteckt gebaut, sodass wir eine ganz saubere Aerodynamik haben. Die Trinity zeichnet sich aus durch einen besonders einfachen Auf- und Abbau. Wir haben das komplette Flugzeug so konstruiert, dass es in eine Kiste von etwa einmal ein Meter geht. Welche wir gleich noch sehen werden. Und die Flächen der Trinity sind abnehmbar, das Leitwerksträgerteil ist abnehmbar, das Höhenleitwerk ist abnehmbar und die Nase ist auch abnehmbar. Um das Höhenleitwerk abzunehmen, geht man folgendermaßen vor. Hinten ist ein kleiner Schnappverschluss. Einfach nach vorne und schon hat man das Höhenleitwerk in der Hand. Wenn man das Höhenleitwerk an der Trinity montieren möchte, fädelt man es vorne einfach ein, drückt hinten runter und schon ist das Höhenleitwerk an der Trinity fertig montiert. Es handelt sich hier um ein Pendelhöhenleitwerk. Und das macht die Sache natürlich sehr einfach und smart. So kann ich das Leitwerk wirklich sehr einfach abmachen und auch wieder an die Trinity anbringen. Ein ähnliches Konzept haben wir uns bei den Flächen überlegt. Hier habe ich einen Druckknopf, drücke ich drauf und dann ziehe ich die Fläche ab und kann sie in die Transportkiste reinlegen. Wenn ich sie wieder anschließen möchte, schiebe ich sie einfach rein und der Knopf verriegelt wieder. Und auch der Ruderanschluss ist schon fertig, weil das Servo nämlich im Tragflächenmittelstück sitzt und über einen Kunststoffmitnehmer mitgenommen wird. So habe ich keine elektrischen Teile im Außenbereich der Tragfläche drin, sondern alles im Tragflächenmittelstück der Trinity. Das Heckteil ist abnehmbar durch zwei Druckknöpfe rechts und links. Wenn man diese betätigt, kann man das Heckteil hinten einfach rausziehen und auch das kann man dann einfach in die Kiste legen. Der Akkuwechsel ist ebenfalls über Druckknöpfe gelöst. Hier habe ich vorne rechts einen Druckknopf. Und so hat man den Akku schon draußen. Die Trinity wird aktiviert, wenn man den Akku von vorne reinschiebt. Eine weitere Besonderheit an der Trinity ist das Staurohr. Wir haben hier ein P2-Rohr angebracht, welcher mit Magneten gehalten wird. Weil manchmal ist es so, dass wenn man die Drohne benutzt, man an das Staurohr kommt und es abbrechen könnte. Damit das nicht passiert, ist es hier mit Magneten gelagert. Was kann ich mit der Trinity transportieren? Das sind diverse Kameras, egal ob Multispektral- oder RGB-Kameras. Und diese werden von unten in ein Compartment eingeschoben. Das Compartment selber sieht so aus. Hier sehen wir jetzt die Multispektralkamera hinten mit dieser gelben Linse und eine RGB-Kamera, welche hier vorne ist. Geliefert wird die Trinity in einer EPP-Kiste mit einer Stoffschutztasche außenrum. Man sieht hier das Tragflächenmittelteil, den Leitwerksträger, das Höhenleitwerk und die Außenflächen als große Teile der Drohne. Und sie sind so in der Kiste drin, dass sie dem Zusammenbau oder dem Auseinanderbau der Drohne entsprechend angeordnet sind. Das heißt, am Anfang brauche ich das Tragflächenmittelteil, dann brauche ich die Außenflächen, dann brauche ich den Leitwerksträger und zum Schluss das Höhenleitwerk. Und wenn ich sie zerlege, brauche ich zuerst wieder das Höhenleitwerk, das Hinterteil, das Mittelteil und die Flächen. So ist das in der Kiste drin. Des Weiteren ist der Sender enthalten. Beim Sender handelt es sich um eine modifizierte Cockpit SX mit eigener Software für die Trinity, welche wir mit Quantum Systems entwickelt haben. Die Kiste bietet Platz für bis zu drei Akkus. In diesem Fall sind das 10.000 mAh Akkus. Ich habe ein Ladegerät, welches mit einer speziellen Software versehen wurde, dass man die Akkus mit einer einmaligen Knopfbedienung direkt laden und im Prinzip auch in den Erhaltungsmodus laden kann, wenn ich die Trinity jetzt längere Zeit nicht benutzen möchte. Aber das Ganze funktioniert nicht wie im Modellflug üblich über Powerstecker und Balancer, sondern wir haben hier einen zentralen Stecker, den wir an den Akku anschließen und damit wird das komplette Ladeprogramm schon aktiviert. Und ich muss nur noch den Startknopf drücken und kann dann direkt die Drohne laden. Hier vorne haben wir in der Kiste noch einen Platz vorgesehen, wo ein Laptop reinkommt. Und hier ist der Platz für das Q-Base-Modem. Hier oben sieht man einen Druckknopf, damit aktiviert man die Trinity. Hier oben drin ist der Autopilot und die Regel-Elektronik der Trinity. Zur Elektronik wird Herr Jürgen Scholz noch ein paar Sachen erklären. Ja, auch hallo von meiner Seite. Ich möchte einfach noch ganz kurz hier mal die Elektronik vorstellen, die wir hier bei der Trinity einsetzen. Zum einen Autopilot, komplett selbstentwickelt von der Firma Quantum. Ist einfach ein Wahnsinnsprojekt, was wir hier realisiert haben. Die komplette Steuerung der Drohne ist hier integriert. Nebendran sehen wir noch einen Dreifachregler, der die Motoren versorgt. Wir reden hier von 3x60 Ampere Dauerleistung. Das Ganze kommt ohne Kühlkörper aus. Und neben der Versorgung der Motoren wird natürlich auch redundant die ganze Elektronik in der Trinity komplett versorgt. Genau, jetzt einmal zeigen wir noch kurz, wie diese Nutzlast sich hier quasi wechseln lässt. Ich kann da schnell tauschen. Eine Nutzlast weg. Die nächste, jetzt in dem Fall, ist da eine Multispektralkamera für Landwirtschaft und für 3D-Rekonstruktion. Eine hochauflösende RGB-Kamera drin. Die schließt sich dann auch über den Stecker hier vorne zentral an. Na, jetzt ein bisschen schwierig hier in der Position. Genau, und ist dran. Kann ich aber genauso schnell hier auf der anderen Seite entriegeln wieder. Und wegnehmen. Genauso schnell funktioniert es hier mit dem Akkusystem. Ist dann auch kurzschlussgesichert. Redundant vorhanden. Und geht dann eben auch wieder mit einem Ratsch hier rein und verriegelt sich. Ja, liebe Freunde. Jetzt ist leider Herr Warner musste jetzt so einen Termin raus. Aber herzliche Grüße. Und ganz zum Schluss bei unserem Abschluss. Auch wenn es jetzt mit dem Modellflug sehr tangenziell ist. Und wir alle Modellflugaffin sind. Modellfliegen ist? Spitze! Und wir alle Modellfliegen sind. 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 Untertitelung des ZDF, 2020